So, da sind wir wieder bei T.R.A. Unfolded! Ja, wir sind ungefähr gleichlaut wie das Spiel jetzt. Es könnte so passen, ist okay. Wer meckert, der kann gehen. Genau, easy. Hallo, Lady. Wir leuchten einfach mal alles hier an. Fuchs-Lady. Das ist halt immer, wie gesagt, schwer. Zweitens bei Yoshi schwer, aber ihr wisst das ja, wie es ist. Besonders jetzt muss ich ein schlechteres Mischpult hernehmen, weil das andere ja meine Worte verschluckt. Also, Probleme über Probleme. Oh, die Scheiße. Ja. Alles Scheiße. So, dann machen wir das hier. Leucht, die Leucht. Und trommeln. Wir sind immer noch dabei, das Sing-Sang-Fest zu retten. Warum kann ich mich hier hoch trommeln? Oder soll ich mich ganz da hoch trommeln? So. Und dann? Und dann bist du da oben und hast ne schöne Aussicht. Und hast ne Blume gemacht. Gibt's hier oben irgendwas? Da noch Blumen. Zack. Äh... Irgendwie gibt's hier nix, ne. Kein Geschenk. Nisch, dass ich jetzt was sähe. Okay, wir haben nur kritisiert, dass es hier so ne Trommel gibt und dann keine Belohnung. Aber gut. Dann war das halt random Trommel. Da kann man noch drauf leuchten. Noch ne Trommel. Dann kommst du wieder hoch, okay. Ja, die kann man einfach so machen. Aber wenn man Bock hat, ein bisschen rum zu trommeln. Huch. Da ist wieder was geworfen. Achso. Nochmal. Hm. Ein Rätsel. Oh nein. Wie kriegen wir das auf, dass der Apfel da reinfällt? Gute Frage. Mach mal auf, Erdhörnchen. Äh... Hm. Hm. Hä, wenn wir das anleuchten. Vielleicht da ein Apfel drauf. Aber warum ist das Becken zu? Hm. Musst du von der Plattform da rechts was machen? Irgendwie, diese gelbe. Aber da kommst du ja auch nicht hoch, ne. Nee, kann man nirgends hin. Wir können auch das blaue Eichhörnchen um Hilfe fragen. Vielleicht damit auf die Zeitung, um sie zu entfernen. Leitlicht. Ja. Und um die kleinen Kette zu leiten. Und mehr. Ja, und? Hm. Mit dem kann man es wieder auf die Bildschirmmitte richten, okay. Was hält das zu? Also nicht das Eichhörnchen, was ich drauf geworfen hab. Nee, nee. Das ist ja schon alle anderen zu gewesen. Hm. Da schläft eins. Was sagt der, der da rumläuft? Warte mal, ich weck mal das eine Eichhörnchen da runter. Oder auch nicht. Hä? Kann man mit dem reden? Nee. Nee, kann man nicht. Ich glaub, das sollte sich auspacken. Warte mal, ich sterbe mal. Nein! Es hockt immer noch da drauf. Hä? Haben wir das Spiel kaputt gemacht. Ja, kommt mir so vor. Weil es sagt uns ja nur, dass wir leuchten sollen. Aber das ist schon fertig erleuchtet. Ich glaub, das sollte sich auch klappen. Anders kann ich's mir nicht erklären. Oh. Sieh dir das an. Dies ist Iotas Fortschrittstagebuch. Damit kannst du Abenteuer fortsetzen oder Teile erneut besuchen. Hier findest du Informationen und Erinnerungen. Blätter doch mal durch. Okay. Okay. Wenn du mich nicht mehr so anschreist. Ist der letzte Checkpoint da, wo wir gestorben sind? Keine Ahnung. Ich hab einfach mal Checkpoint geladen. Klingt für mich am sinnvollsten. Entfaltet. Entfaltet. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö 백z COVID-19 dauert ein bisschen lange. Das dauert echt lang, ja. Kann ich ja mal schnell hier nochmal Mittagessen zubereiten, wund durchsaugen und ja. Oh, geht weiter. Ganz am Anfang, oder was? Nee. Nee, nicht so weit. Ein bisschen zurückgesetzt, aber müssen wir nur die Schnipsel neu töten. Guck, die Sachen. Vielleicht geht es ja jetzt auch mit dem hypnotisieren und aufheben. Ja, der Stand, du kannst die hypnotisieren und rumschieben. Also, du musst die irgendwie betäuben. Die hypnotisiert ist ja nicht betäubt. Achso, vielleicht muss ich die mit... Wie habe ich die gerade getötet? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht gegenseitig... Ach, guck mal, wenn ich die auf so ein Ding lege. Ah. Wenn die so hochgesprungen sind, dann wieder runterfallen, oder was? Oh, ich werde weg brauchen. Durch die Trommeln hast du die jetzt betäubt. So, jetzt habe ich das Apfelspielen nochmal spielen. Zack, zack, zack. Schick den Apfel. Speedrun. Apfel da rein. Yo. Yo. So. Jetzt werfen aber auch da rein. Katsching. Ach, lass die doch leben. Oh, was haben die so geschrien? Hör doch mal auf. Stand im Weg. Ich muss mein Brust hier auslassen. Schwing. So. Für eine Stunde haben wir einfach nur irgendwas falsch verstanden. Machen wir erstmal hier wieder alles an, dass es hier ein bisschen heller ist. Jetzt ist es offen. Ach. Jetzt funktioniert es auch. Vielleicht haben wir irgendeine Blume vorher nicht angeleuchtet. Hm, keine Ahnung. Vielleicht hat es nur rumgepackt. Weiß ich nicht. So. Eigentlich haben wir alles gemacht. So. Das Licht. Ui jo. Ui jo. Da ist noch ein bisschen Konfetti. Da ist noch ein bisschen Konfetti. Hier ist noch überall ein bisschen Konfetti. Konfetti. Oh, oh. Musst du boing machen. Und da rein dann. Boing. Nein. Oder so. Ich dachte jetzt von dem Ding halt direkt da rein. Dachte es schon wieder hier. Ich sollte aufhören zu denken. Schaffe ich den Sprung da rüben? Ne, ist ein bisschen weit. Ne, ist ein bisschen weit. Ja, schade. Aber da oben ist doch ziemlich dunkel. Deswegen machen wir da wenigstens Licht. Ach so, unten lang. Ja. Das erkennen ist cool. Ja. Und Banti. Oh nein. Oh Gott. Hä? Evel Flower. Seit wann fressen uns die Blumen? Hallo? Was ist hier los? Nur mal auf die Krall. Ach, das sind fleischfressende Pflanzen. Ja, da. Da kann ich da auch hinlaufen, guck. Papier fressen. Oh, oh, oh. M-Multi-Kill. Da würde ich mich nicht selber reinbauen, weil er nicht nur in der Blumen dahinten Hunger hat. Da leuchtet es böse rot. Ah ja. So was gibt es also auch. Oh, oh, oh. Über die Blätter. Gut, gut. Muss ich hochhalten, aber die Blätter. Nice. Und super schnell geschafft. Da machen wir eine Lampe. Das ist voll süß. Ja. Da hinten. Da hinten ist noch was. Keine Ahnung, was ich da gerade angeleuchtet habe. Aber es ist an. Da haben wir noch mal eine Lampe für uns. So Geschenke haben wir jetzt nicht wirklich überall gesehen. Zwei Stück haben wir halt schon. Zwei? Zwei haben wir schon. Okay. Ich dachte nur eins. Okay. Du musst der Erdtrommler sein. Ich werde mein Bestes geben, zusammen mit dir zu spielen. Okay. Huch. Hä? Was? Huch. Ich wurde einfach runtergedrückt. Keine Ahnung. Wie meint der rumzufangen? Ich habe nur ein paar Mal getrommelt, dann bin ich vor allem ins Nichts gerutscht. Ich habe schon runtergedrückt. Schnell, 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 schnell. Oh, okay. Ich finde diese Sterbe- und Wiederkommen-Animation ziemlich cool. Ja. Jawoll. Ja. Ein Sprungbrett, oder? Nee, ist ein Checkpoint. Ach, Checkpoint. Aha. Wir zählen mal auf! Wir haben mich ja! Ich wollte ihn zu seinen Freunden werfen. Ja, ja! Ja! Ach, komm, die winken uns! Hallo! Äh. So scharf stellen noch ein bisschen. Ach so, warte. Oh Gott. Scharf stellen. Soll ich es auf den hinteren scharf stellen? Ja, ne? Ja. So ist gut. Äh, warte. Ist voll schwer. Schön. Okay. Haben wir ein schönes Foto von den Eischönenchen? Äh, gibt es hier eine Kiste? Oh, oh, oh. Es kommt ein neues Instrument. So, dann hier noch. Bim. Die sehen aus wie Drachenfrüchte. Hast du schon mal Drachenfrucht gegessen? Nee, ne? Gessen nicht. Aber gesehen, schau mal. Das Innere von der Drachenbrucht. Also diese Trommeldinge aber jetzt. Wuhu! Hurra! Hurra! Okay. Ach, jetzt kommst du. Okay. Hallo. Hey! Checkpoint. 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 Guten Tag. Oh, hallo Apfel. Ich hab Eier, das war Apfel. Okay, ich dachte, das wäre schon wieder ein Eichweinchen gewesen. Oh, ne. Ach so, und dafür muss ich da hoch und dann... Ja, zack. Und jetzt da unten noch eins. Apfel! Da ist dann links. Zack, und alles hier. Da geht es dann später wahrscheinlich weiter. Ah, ja. Dann schauen wir mal. Ups! Tup 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 tup. Tup 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 tup. Ja, sehr catchy. Oho, hallo. Kannst du was fotografieren? Uah, das ist nicht so nah. Oh, okay. Super-Standard. Ist das eine Blume? Ja, oder? Ah, kaufe ich... Nee, Weitwinkel will ich jetzt nicht kaufen. Hab nicht so viel Money. Da sind... Blume... Pilze... Keine Ahnung. Blumen. Ja. Irgendeine Blumen. Oh. Ah, die gehen mit zusammen. Ja. Haha, Jessie direkt Angst, dass alles kaputt geht. Ja, ich hab Gas kaputt. Hey, du! Mit einer Playstation-Kamera oder der Begleit-App kannst du mir zeigen, wie das Wesen aussieht... Oh, ich hab vergessen, Jessie, die Begleit-App zu holen. Oh, nein! Mal ganz abgesehen von all den anderen Weltverändernden Sachen, die du damit tun kannst. Mh... Ja, also... Amm... Ja, nee... Nee, also... Hm... Haben die App gerade nicht zu handen. Gerade nicht zu handen. Das ist leider schon richtig. Kommt bestimmt noch irgendwann mal, wo man's machen können. Und dann haben wir die App. Uah! Da kommt mein Haus. Neus. Wie inspirierend. Hä? Aber was war denn da hinten unten? Ist ja richtig... Also da, wo's nicht weiter ging. Ich dachte, da kommt man später jetzt hoch, aber... Kann ich... Kann man... Soll ich das so machen? Ne, ne? Ne? Ich glaub, ich sollte da gar nicht hoch. Ne, der geht ja nicht weiter. Okay. Zimmel trickst hier sich wieder durch. Oh, ein Briefkasten. Können wir jetzt die Post verschicken, die wir hier rumtragen? Oder... Ne, die Post ist ja für uns. Wir müssen ja zur Sonne. Ja, ich weiß. Aber... Hätte man sich ja ein bisschen einfacher machen können. Ja, guck mal, wie trichelt. Jetzt muss man das trommeln und dann erst durchlaufen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hallo. Die singen sein Party, beginnt jeden Augenblick. Ak, ak. Hu, was los? Feuerwerk oder nein? Schnipsel. Okay. Kamikaze-Schnipsel. Nein! Nein, das Trommel ist noch nicht zu Ende! Sie werden den großen Apfel zum Faulen bringen! Werden sie nicht, denn wir sind hier! Und haben das Licht! Wuhu! Dann ziehen sie da drauf! Oh! Ah, warte! Hast du nur einen erwischt! Huch! Jetzt noch mehr! Komm mal her! Komm, komm, komm! Komm her! Und zack! Also für ihn ist eigentlich ein Kinderspiel, ne? Ja, jetzt ermatschte sie doch nur! Ja, okay! Der große Apfel wurde vom grünen Mann höchstpersönlich gepflanzt! Jedes Jahr locken unsere Trommeln ihn aus dem Boden, damit er seine Samen verteilen kann! Der Simpsang-Erntebecher wartet auf seine Opfergabe! Ooooooh! Sigrid Apple! Oh wow! Das ist der große Apfel, oder? Der aus dem großen Apfelkappel! Nein! Ups! Aus dem großen Apfel kam der kleine Apfel! Ah ja! Und den müssen wir jetzt da reinhauen, oder was? Fuck! Du willst Konfetti da oben haben, ne? Ja! Ja! Ja, ich muss erst das Trommeln, dann mich damit trommeln und dann so drauf! Ah! So ganz tricky! Ja, tricky! Und zack! Wuhu! Party! Wuhu! Und ein riesiges, komisches, gruseliges Pferd ist erschienen! Und da war ein weißer Baum! Das Erntefest ist abgeschlossen, der Obstgarten ist gerettet! Ja! Na Gott sei Dank! Ach, das ist eine Schallplatte! Ja! Jetzt seh ich das! Oh! Ein schöner Herbstbaum! Bunter Baum! Nice! Ja! Können wir auch kaufen! Sollt ihr voll die fette Party müssen! Jaja! Wutz, wutz! Wutz, 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 wutz! All the Beats! Da könnte ich mal mehr Licht machen! Naja, ist ja jetzt hell, ne? Hell genug! Boah! Guck mal hier! Fette Party! Ach, jetzt auf einmal! Du hast es geschafft, Erdentrommler! Nur wenig! Was mache ich hier? Ich weiß es nicht! Was war jetzt mit diesem einen Durchgang da am Ende? Keine Ahnung! Also nicht am Ende, sondern halt... Musst du da jetzt nochmal hin, oder? Nö! Ich glaube nicht! Wutz, wutz, wutz! Da oben gibt's auch nichts! Ne, so ein Eichelchen! Okay, gehen wir einfach weiter! Ja! Ach, da hinten geht's lang! Ja! Ach, das Schallplatte spinnt rum! Ja! Ich bin schon wunderbar, warum die Musik immer aufhört! Und die Äpfel twerken da oben rum! Ach man, das sieht alles voll cool aus! Ja, ja! Ach, du spielst die Schallplatte, oder was? So ganz wüt, 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 wüt! Mit dem Touchpad so. Ju, ju! Du, du, du... Drop... Der Bass! Nice! 2 wenn ihr sein inneren Skrillex auslassen in Prozent weiter vorne und weiter bei uns geschafft bis zu werden da wir kriegen jetzt auf den Sprung die Schnitzel haben fast unsere Party ruiniert das ist der Postmann wir sehen uns beim nächsten Mal tschüss